Hi Leute, und herzlich willkommen zur letzten Folge von Minecraft Spacefall. Ach, das kann ich, das kenn ich, das ist voll lustig, das hab ich schon selber ausgewidmert. Ich sag dir jetzt was du genau machen willst, ok? Wir gehen jetzt in die Dimension von diesem Mod. Also ich bin viel weiter. Ja, ich komme. Das sieht so geil. Sieht so dumm aus. Nimm das Ding in die Hand. Ja. Geh mal raus aus der Kanone. Ja. Jetzt drehst du auf Rot. Ja. In die Kanone. Und jetzt nimm das in die Hand und drehst aufs Rot. Ich seh schon bei mir auf Rot. Oh, lol, was? Das ist die neue Dimension. Und, äh, kann man hier mit dem Ding abflicken, oder? Wehe, wir sind in der Aufnahme, danke. Entschuldigung. Nein, 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 du musst dich absetzen. Shift. Shift, shift. Shift, Sebastian. Nach oben fliegen. Das deswegen sind wir creative. Und das hier ist die letzte Planet. Alter, was ist das? Alter, das darf man hier zum Foto. Hinten fliegt sogar ein Komet. Oh, 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 oh. Ich seh nicht. Alter. Dafür mach ich. Alter, geh weg da, geh weg da, geh weg da. Ge weg da. Möchtest du ein Kometen? Nein, nein, geh weg da. Geh aus dem Bild raus. Jetzt hast ein Kometen vertrieben gut gemacht. Alter, das werde ich fürs Handeln verwenden. So. Da ist ein Komet. Ich spieg mal drüben rüber. Oh, ich trigg die an sich. Kuh, statt T. Der fliegt von mir weg. Ich glaub, der macht mich mit Lieferat auf den Planeten. Ja, ich auch. Der Planet ist unsere letzte Station übrigens. Ich hab den Kometen erwischt. Ich hab den Kernen kaputt, ok? Nein, 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 nein. wir machen jetzt kaputt darf ich noch immer nicht da waren eigentlich schilder drauf oder eigenwerbung eigenwerbung nein ich darf er die map gebaut was ist nein du schreibst du schreibst da drauf ich mach den kern kaputt die wahl youtube 1 3 okay gut aber nicht alle 3 der hat die geile map wie lange das gedauert hat alles zu bauen so ich mach jetzt den kern kaputt wir sind hier ok irgendwelche schlussworte noch so was die map ist echt mega geil download ist in der beschreibung naja das ist jetzt eher nicht so super für die insgesamt so geh wieder aus dem bild raus ich hab so mega geil aus ähm ja 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 ich würde mich da freuen ja was denn warum sollte ich auch wenn irgendwer will ist in der beschreibung wer will das keine ahnung genau das war das schlusswert hat nachher ich doch war kurz hier ist noch einer hier gibt aber kein schild da wird wahrscheinlich du am nächsten schild gemacht haben äh ich schwebe das ist der gleiche planet wie vorhin nein 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 es gab den zweiten ich bin auch kaputt gemacht ja habe ich auch ich schwebe ich mache nicht so frei aus ja ich hoffe euch hat das projekt gefallen oder besser gesagt wir hoffen euch hat das projekt gefallen ja alles ist ja geil äh alter das ist ja nice ahaha ich bin superman und sie ist ein zweiter planet hier sind schwämme drinnen der planet ist aus schwämme gebaut mach die gravitation hier mal nicht instant kaputt ich bin ein konger zu spät oh nein ich will weiter alles sehr voll geil naja wir hoffen euch hat die die gezeugt an ein und ich bin superman und dass das schluss war dir Schlusswort, ihr meint kuantin ja ich habe die sohne gefunden glaub ich halt ich glaube gar nicht mehryi wo ich als sponge und da fliegt wieder eine dieser komete was macht der ich habe den nächsten planeten abgebaut macht das und wir beide hier ab das ist eine von der drüben wenn wir lektionen mit der und auch nicht die erde ok leute war er das was dieses projekt war ziemlich gutes projekt aber es war halt mich und für die juli schnaßt im kleines Übergangsprojekt gewesen. Zeig ich mal das nächste Projekt. Es wird wieder ein großes. Wirklich? Ja, dieses Mal. Nein, wirklich. Ja, okay Leute. Von meinem Standpunkt aus gibt es nichts mehr zu sagen. Ich fand das Projekt ziemlich lustig. Ich hoffe, euch auch. Also, den Leuten, die wirklich zugeschaut haben, das waren jetzt drei. Nein, das waren schon mehr. Aber egal. Also 69 mal Wichi. Ja, aber wirklich. Oh 69. Ja Leute, es war sehr schön. Und es hat mich sehr gefreut. Ciao.